Herzlich willkommen an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. In diesem Video führen wir dich über den Campus und zeigen dir die wichtigsten Orte und Ansprechpersonen für dein Studium. Du erfährst, welche Einrichtungen für deine Anliegen zuständig sind und wo du sie findest. Die HHU ist eine Campus-Uni. Das bedeutet, fast alle ihre Einrichtungen befinden sich an einem Ort. Und für dich bedeutet das kurze Wege und ein besonderes Flair. Wir starten unsere Tour an der Oase. Diese Abkürzung steht für Ort des Austauschs, des Studiums und der Entwicklung. Im Gebäude befinden sich die medizinische Fachbibliothek und Studien- und Lernräume. Im obersten Geschoss erwartet dich eine Skylounge mit großen Sesseln und tollem Ausblick auf die Stadt. Auch wenn du nicht Medizin studierst, kannst du die Oase nutzen. Ein Stück weiter siehst du die Büros des Studierendenwerks. Das Studierendenwerk kümmert sich um Wohnheime und um das Essen auf dem Campus. Es betreibt zum Beispiel die Mensa an der HHU, wo Studierende günstig zum Mittagessen können. Außerdem berät dich das Studierendenwerk bei Fragen der Studienfinanzierung, wie zum Beispiel bei BAföG und Studienkrediten, sowie beim Umgang mit Behörden und Ämtern. Solltest du Kinder haben, wird dich bestimmt interessieren, dass das Studierendenwerk auch mehrere Kindertagesstätten betreibt, einige davon direkt auf dem Campus. Vorbei an den Wohnheimen über die Brücke gelangst du zum Studierenden-Service-Center, kurz SSC. Dies ist die erste Anlaufstelle für viele Fragen rund um dein Studium. Hier hilft man dir beispielsweise bei der Studienplatzbewerbung und Einschreibung und später auch bei Formalitäten rund um den Studienverlauf und die Prüfungen. Du kannst dir auch deinen Semesterbeitrag bezahlen, eine neue HHU-Card beantragen und Dokumente abgeben und abholen. Viele Angelegenheiten im Studium lassen sich mittlerweile digital erledigen, zum Beispiel Fachwechsel, Beurlaubung oder Prüfungsangelegenheiten. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im SSC helfen dir natürlich gerne weiter, wenn du dazu noch Fragen hast. Im SSC befindet sich auch das International Office. Außerdem findest du in diesem Gebäude die allgemeine Studienberatung, die psychologische Beratung und das Coaching zu verschiedenen Themen wie Lernstrategien, Studienorganisation oder Zweifel am Studium. Wenn du mehr über das Angebot des SSC erfahren möchtest, empfehlen wir dir unser Video Willkommen im Studierenden-Service-Center. In diesem Gebäude befindet sich die Vorklinik der Medizin. Das bedeutet, hier werden Medizinstudierende auf ihre Arbeit in der Klinik vorbereitet. Drinnen findest du große Hörsäle und im hinteren Teil auch Labore sowie die Anatomie mit dem Präparationssaal. Gleich gegenüber der Vorklinik siehst du die Philosophische Fakultät, von Studierenden auch FILFAC genannt. Die FILFAC wurde 1969 gegründet. Sie ist die flächenmäßig größte Fakultät der HHU und beherbergt auch den größten Hörsaal, das Audimax, mit 659 Plätzen. Übrigens, eine Fakultät bietet verschiedene Studiengänge an und jeder Studiengang hat eine eigene Fachschaft. Das ist die studentische Vertretung speziell in diesem Studiengang. Sie macht unter anderem Einführungsveranstaltungen, die dir helfen, dein Studium zu organisieren. Zum Beispiel wird dir dort gezeigt, wie du deinen Stundenplan erstellst. Außerdem kümmert sich die Fachschaft auch um viele soziale Aktivitäten, wie zum Beispiel Partys. Den Kontakt deiner Fachschaft findest du auf hhu.de Wir gehen weiter Richtung Süden bis zum Ökonomikum. Das Ökonomikum ist eines der neuesten Gebäude auf dem Campus. In dem modernen Glasbau befinden sich die Büros und einige Seminarräume der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät. Bei gutem Wetter kannst du den Blick auf den kleinen See genießen. Wenn du hinter dem See den Weg Richtung Straße nehmen würdest, findest du die Haltestelle Universität Mitte. Von hier aus fahren Busse in viele Stadtteile und auch ins Stadtzentrum. Wir bleiben aber noch auf dem Campus und sehen als nächstes die Universitäts- und Landesbibliothek, kurz ULB. Sie bietet die Literatur für deine Hausarbeiten sowie Lern- und Arbeitsräume. Sie berät dich auch bei der Literaturrecherche. Aufgrund ihres großen Bücherbestandes und ihres ausgezeichneten Service zählt die ULB zu den besten Bibliotheken Deutschlands. Die Zentralbibliothek ist täglich geöffnet, außer an Feiertagen. Südlich der Bibliothek findest du die Studierendenakademie. An der Studierendenakademie kannst du Dinge lernen, die nicht direkt Teil deines Studiengangs sind. Dazu zählen Fremdsprachen oder verschiedene Soft-Skills, die dir im Studium oder später im Beruf helfen können. Nebenan befindet sich der Allgemeine Studierendenausschuss, kurz ASTA. Er setzt sich zusammen mit den Fachschaften für die Interessen der Studierenden ein. Der ASTA organisiert Veranstaltungen, finanziert studentische Projekte und bietet auch Beratungsangebote an. Im gleichen Gebäudekomplex 25 und 26 befindet sich auch die mathematisch-naturwissenschaftliche Fakultät, kurz MADNAT. In 25 sind vor allem die Fächer Informatik, Mathematik und Physik angesiedelt. In 26 sind Chemie und Biologie mit zahlreichen Laboren untergebracht. Weiter südlich findest du das Zentrum für Informations- und Medientechnologie, kurz ZIM. Das ZIM bietet dir Hilfe bei allen Fragen der IT, zum Beispiel zu deinen HHU-Accounts für die Uni-E-Mails und zum WLAN. Gegenüber der MADNAT liegt das Juridikum, die juristische Fakultät. Sie ist eine der kleineren Fakultäten auf dem Campus. Im runden Teil des Gebäudes hat die Fakultät eine eigene moderne Fachbibliothek. Weiter östlich gelangst du zur Haltestelle Universität Ost. Von hier fährt die Straßenbahn direkt zum Düsseldorfer Hauptbahnhof. Direkt nebenan liegt der Botanische Garten. Er dient den Bereichen Biologie und Pharmazie zur Lehre und Forschung. Alle Studierenden dürfen natürlich den schönen Garten auch zur Erholung nutzen. In der Kuppel gibt es sogar exotische Pflanzen zu entdecken. Nördlich des Botanischen Gartens befinden sich die Turnhallen und Sportplätze des Hochschulsports. Der Hochschulsport bietet Kurse in verschiedenen Sportarten an. Das Angebot ist sehr vielfältig und für Studierende überwiegend kostenlos. Und damit endet unsere Führung über den Campus. Wir hoffen, du hast einen guten Überblick über die verschiedenen Einrichtungen der HHU erhalten. Du findest einen Plan des Campus als PDF auf hhu.de slash campusplan. Wir wünschen dir viel Erfolg in deinem Studium. Wir wünschen dir viel Erfolg in deinem Studium.